und willkommen zu einem neuen video von shakes and fidget ja es kann ich dann kann es mehr ich weiß auch nicht irgendwie hat jetzt auch ein bisschen wieder arbeiten und so und habe dann diese zwei minecraft videos hochgeladen die jetzt mittlerweile wieder weg sind das war dumme idee wir belassen es einfach bei sf ich würde es doch nicht so ausatmen lassen ich meine hier seid meine sf community und das ist denke ich mir deutlich angenehmer wenn wir das auf einem spiel belassen ok also w17 haben mittlerweile schon stufe 71 und wir haben auch ein rate gemacht das seht ihr habt ihr wahrscheinlich auch gesehen gut haben hier noch einen alten rate machen wir zuerst mal kurz durchskippen wir waren auch von gestern abend und dann hier direkt den rate von heute der gegen die unsichtbare bedrohung genau den haben wir auch relativ easy geschafft die hatten da war noch dabei richtig weiß noch mal willkommen und ich und danach hätten noch wapi und ghost lion von daher wäre es wenn ich gar kein problem gewesen die nächsten parades sind denke ich mal auch easy machbar hier hatten wir noch ein paar dann ist der schatten alligator mit 69 noch geschafft das war natürlich auch ganz nice und ungeheuer mit stufe 70 auch noch gelegt und dann zu guter lässt doch die klapper kobra ist ich kann da denke ich auch schon denke ich mal deutlich weiter sein oder da habe ich doch gerade keine jahr gescheiten tränke drin und anders deswegen muss mir gerade mal ein bisschen gucken ich hoffe mal dass hier ja genau dass jemand wie heißt ein geschickstrank drin ist leider haben wir irgendwie richtig viel pech gut glück ist in ordnung der lebenstrank ist natürlich auch nice leider für pilze aber sonst gibt es erst mal alles klar so glücksrat hoffe ich schon auf pilze wenn man wieder ganz nice ich habe zwar noch 100 aber am wochenende müsste erfahrungs event sein na schade gold war auch nicht schlecht und in der festung geschickt stein das ist auch mal wieder was feines so nehmen sie mitbauen auch erstmal noch truppen aus habe ich ganz vergessen hier wird auch im 111 und 105 da würde ich die definitiv mal austauschen gegen parten ist hier 111 100 obwohl er geschickt ist unnötig 111 so wunderbar und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was im dungeon schaffen da ich da hier noch was zeigen kann die pets sind auch hier so langsam da also die vier stufen kriegen denke ich mal noch easy gemacht in der nächsten zeit von daher passt es auch noch mal kurz angesprochen am samstag also morgen wir wissen league of legends geben geben also nichts anderes nur doll wenn ihr bock habt könnt ihr gerne reinschauen so ab 15 uhr denke ich mal 16 uhr wir müssen gucken wie wir das dann hat es hinkriegen wieder bei einem kumpel deswegen ist es dann halt so das vorhaben okay der muss die schaffte sind habe ich lange nicht versucht er ist ja krasse stufen unter uns und hat weniger leben genau wunderbar geschafft leider keine bekommen aber was für sammeln das ist in ordnung okay das kann direkt mal weg vielleicht braucht die hexe was 1000 wäre ganz gut wenn es die hexe handschuhe die alten sachen noch verkaufen das ist auch unnötig gewesen dass hier die hätte ich mit der waffe tauschen können ist obwohl die ist auch unnötig zu verkaufen ist einfach mal die hätten wir aber tauschen können eventuell wenn die bessere spannende mit dem geschick stellen da wird es ganz gut sie machen wir noch im arena kampf 900 hat er nur okay der dürfte vom schaden her hoffe ich mal schaffbar sein wird ihm sehr wenig ich glaube das liegt nur daran dass er viel leben hat genau ja perfekt und jetzt mal plus vier oder so da wäre es ganz gut da schade reicht auch nicht ganz aber das sammelalbum kriege ich heute bestimmt noch locker auf 62 prozent gezogen dann passt es auch gut dann geben würde ich was sagen darüber auf wie 15 erst mal dass wir erst sagen wissen die ganzen ja also den standard zwar jetzt wie 15 ist irgendwie echt so für nur alle klicken geworden leider ist nicht mehr viel spannender wir sind zwar stufe 113 aber irgendwie seht wir sind alles also sind sehr viele sehr inaktiv deswegen geht es hier ja nicht so gut voran leider ja es sind sehr viele halt schon länger nicht da aber egal ich bin aber weiter das ist wirklich mal kein so riesiges hindernis ich bin einfach ein bisschen weiter und vielleicht wird irgendwann doch mal geändert ich habe keine ahnung wie wir das vorhaben müssen mal gucken wenn ich mal ein bisschen mehr zeit habe die arbeiten habe ich jetzt eigentlich auch so gut wie rum also es kommt jetzt noch nächste woche donnerstag gehe ich hier nicht gehe ich hier englisch und dann die zwoche drauf noch zwei und dann bin ich durch aber das reicht jetzt schon um ein gespielen videos wieder ganz normal zu machen morgen kommt natürlich keins wenn ich heute eins mache und am sonntag dann wieder dann passt es nämlich wenn wir den stream morgen haben so schwarzes phantom das müsste doch auch schon locker genau schaffbar sein perfekt plus 1 und bei den pets ist mir eigentlich auch voll egal ich greife hier an mache meine kämpfe ab und zu und fütter die pets ich habe ja auch noch gar nichts angegriffen obwohl die gegner alle schaffbar wären dann müssen wir auch mal gucken wie wir das hier mit dem hochziehen machen ich war ansonsten ein bisschen skillen schadet nicht aber irgendwie mag ich mal am meisten mein mage ich weiß auch nicht das ist viel heißer auf dem mage zu spielen und da bin ich auch krass höher wenn wir noch 700.000 das lasse ich jetzt erst mal noch stehen da wir morgen glaube ich das erfahrungstevent haben ja zuletzt war ja epic von daher müsste jetzt das erfahrungstevent kommen das ist natürlich da ist es ein absolutes lieblings event da wird wieder hier schön rein gelevelt hier habe ich auch mittlerweile schon 91 prozent sammelalbum was wirklich krass ist und ja ansonsten geht es echt gut voran so hier nehmen wir doch mal also wir brauchen genau hier ist das schönes passiert wir können ein neues pad finden wir können schon hier in ferne ox ich habe ich habe ihn für ihn geschafft das weiß ich habe nicht gedacht ich kann dir bestimmt schon easy schaffen den habe ich natürlich hier was passiert ich habe ihn einfach an und er hat gelegen das ist echt gut weil so können wir ein neues bett finden das geht nur heute deswegen habe ich erst mal geguckt auf was ich da eher gehen soll und ja hat auf jeden fall geklappt so hier habe ich noch was irgendwie habe ich noch irgendwas geschafft ich gucke gerade wir haben den archi dämon portal 2 und 4 der will her bei der 5 den korpus eruptus ich weiß nicht ob ich das gezeigt hatte ich mache das jetzt mal weg also schatten welt haben wir auch noch zwei gehabt ja wir können jetzt keinen dann schon machen die pilzchen brauchen wir noch für die alu am wochenende weil die dann doch erst schnell runter gehen wenn man sich die ganze 50er mount kauft ist nicht so toll aber der turm da habe ich auch ein bisschen was geschafft das hat mich auch richtig gefreut sind schon bei etage 50 mittlerweile also das ist denke ich mal auch nur noch eine kurze frage der zeit der wird spiel ist in seinem wochen einen liegen wenn ich sogar heute schon bei dem free twice den werde ich jetzt mal wieder angreifen weil ich sehe sie waren zwar knappe dinge dabei aber überwiegend genau war es recht einfach die zu klatschen okay in schrank wäre ganz gut ja natürlich haben wir keinen wir können aber mal raus kaufen dass ich denke schon jetzt in ordnung ein bisschen rauskaufen bei dem ganzen gold was wir haben und eventuell kann jetzt wieder was zurück genau irgendwas rauskaufen ja okay die sachen sind alle recht gut und ich bin vielleicht ein paar keine ja keine später raus mir geht es aber eigentlich nur darum den intelligenz dran zu bekommen natürlich nicht mit unserem glück aber wir können auf jeden fall noch mal hier ins klo und alles gehen stimmt das haben wir auch wie 15 vergessen mache ich dann noch nach dem video passt hier im euro 11 mittlerweile auch jetzt 28 prozent ist natürlich nicht als ja so gut aber kann man sich auf jeden fall machen können ich denke mal das ist halt auch klar dauert es jetzt immer länger aber es lohnt sich auch mit der auch wahrscheinlich krass wir haben viel zu viele stein ich muss mal gucken was wir hier selbst für uns austauschen können da ich gar keine austauschsteine benutze könnte irgendjemand ja noch einen braucht der magier hat vor wenig vielleicht hier jemand was tauschen so genau hier ist doch schon was besseres die paar stats machen sie mich meistens dann doch ganz schön aus 225 255 nehme mit hier noch mal den schlechtesten rein den 40er okay damit aufgeräumt ist gut wunderbar der mann portal hier in der gilde sind wir schon beim schlingeler der ja ich weiß nicht wieviel da ist das zweite akt sechs von zehn und da gibt auch noch einiges zu machen und ich bin bei mir selbst immer noch im ersten akt aber bei etagen neun das gute ist da sind bei der tattelkönigin ariane oder tadel keine ahnung die könnte mittlerweile auch schon fallen ich muss halt gucken wie stark die ist ohne trank ist es denke ich mal schwer aber wir gehen jetzt auch erst mal ein glücksrad gucken dass wir doch ein schönes aus bekommen besten pilze genau genau wunderbar drei stück perfekt schön für die alu das ist und hier wenn die plätze muss ich gesagt auch mal gucken samstag ist das nächste das nächste ist bestimmt auch schaffbar so muss versuchen wir auch mal weil dann kann ich heute morgen was finden mag marion mag marion da müssen wir auf jeden fall heute rein um ja das pet an um das pet zu bekommen so hier nächste kommt wieder schon gewonnen ja ich habe zwar echt also viele haben mal schon früher um levelt was er schlauer war ab und zu verlierst dadurch kämpfe aber er hat sein kugel ist nicht mal ansatzweise hoch da müsste man bofuchs gar keine probleme haben so kugel jetzt weiter leveln der ist auch schon bei 73 dann müsste ein federrats auch schon easy da und sein die ganz mittwoch schon finden ja ich muss dann erstmal wieder hier auf pets gehen das lohnt sich am meisten weil wir auch wirklich krasse verbesserungen dadurch bekommen ja gut arena kommt wird auch noch mal machen ich würde gerne das pet noch kriegen wenn es irgendwie macht besser sie jetzt vielleicht mit 6005 das ist glaube ich war ja okay so schlimm ist es gar nicht oder hatte gar nicht so besseres setzt werden hat ein intern gebrauch und können dann wäre das alles gar kein problem gewesen aber was wir machen ist jetzt auch nicht so tragisch was man das das tauschen wir mal um gut so festungen ja ist irgendwie gar nichts ich mache eigentlich auch hier fast nichts ich greife nur ständig beziehungsweise greift gar nicht an ich mache nur meine ressourcen irgendwie nutzt es auch gar nicht mehr mit angriffen ich finde ja auch um ehrlich zu sein nicht mehr so viel gutes zeug gut der ist 13.006 klar ist das ins plus aber ich brauche einfach viel mehr ressourcen das ist ist ja zugesehen nicht mehr so viel aber egal was schon gut oder da würde ich sagen was das vom video wenn es euch gefallen hat würde ich mich selber einen kommentar freuen und über eine positive bewertung und wenn ihr neu seid könnt ihr natürlich gerne abo da lassen und keine weiteren videos zu verpassen hier wird es ausschließlich sf geben und natürlich wenn mein internet besser wird was er angeblich schon seit diesem monat spätestens sein sollte und nicht passiert ist er wird auch öfters streams von meiner seite ausgeben wenn ich habe mir zu hause bin aber dafür morgen halt richtigen leisten league of legends mit facecam alles ganz nice ja 15 uhr ungefähr schaltet auf jeden fall ein wenn ihr bock habt es wird nichts anderes geben nur lol und damit sagen Leute haut rein und bis zum nächsten video ciao